Ich muss einen Spieler meiner Mannschaft auch eine Chance geben, dass er unter diesem Druck spielen kann. Erst einmal Kontakt von Thomas Kraft. Schon was Aussergewöhnliches für ihn. Es ist sein erstes richtiges Spiel bei den Profis. Aber wenn er schon mal spielen soll, dann gleich hier in diesem außergewöhnlichen Stadion in einem Champions-League-Spiel. Dann weiß man gar nicht, wie man alles mit ihm. Iličević und eine klasse Parade von Thomas Kraft. Das kann ein großer werden, der Thomas Kraft. Und Kraft ist unten. Er hält alles. Er hält alles. Meiko und Kraft. Mit dem Fingerspitzen. Flanke kommt und Thomas Kraft mit einer großartigen Parade nach diesem Kopfball. Kraft! Das ist ein Reflex gegen Zeistrappel. Das ist ja der Wahnsinn! 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 Und Kraft mit einer Riesparade! Das ist ja der Wahnsinn! Das ist ja der Wahnsinn! Das ist ja der Wahnsinn! Untertitelung des ZDF, 2020